Sie haben einen Steuerbescheid erhalten mit dem Hinweis, der Bescheid ergeht nach § 164 AO unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Was das Finanzamt im Schilde führt und welche Folgen sich daraus ergeben, das klären wir jetzt. Mein Name ist Stefan Mücke und wenn Sie Steuer zahlen, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Zur Rechtsstaatlichkeit gehört, dass die Steuerbescheide beständig sind. Der Steuerzahler, also Sie, sollen sich auf die Beständigkeit des Bescheides verlassen können. Es besteht ein Vertrauensschutz. Der Steuerbürger soll auf die Steuerfestsetzung vertrauen können. Zur Rechtsstaatlichkeit gehört aber auch gleichwertig, dass die Steuerfestsetzung richtig ist, das Prinzip der Richtigkeit. Und diese beiden Prinzipien, Vertrauensschutz und Richtigkeit, widersprechen sich und müssen daher im Einzelfall aufgelöst werden. Wenn Sie zum Beispiel einem Finanzamt in unfairer Weise Einnahmen verschweigen, dann muss das Prinzip der Beständigkeit eben dem Prinzip der Richtigkeit weichen. Das Finanzamt erhält in diesem Fall über eine Sondervorschrift die Möglichkeit, einen Steuerbescheid bei nicht erklärten Einnahmen zu ändern. Es liegt dann eine sogenannte neue Tatsache vor, die das Finanzamt berechtigt, punktuell einen Steuerbescheid zu ändern. Dieser Vertrauensschutz, den ein Steuerbescheid haben soll, gilt dann nicht, wenn das Finanzamt einen Bescheid unter dem Vorbehalt der Nachprüfung erlässt. Voraussetzung für eine solche Vorbehaltsfestsetzung ist nur, dass ein Steuerfall nicht abschließend geprüft ist. Eine Begründungspflicht seitens des Finanzamtes sieht das Gesetz nicht vor. Und ob ein Fall abschließend geprüft ist oder nicht, kann ein Steuerpflichtiger oder auch sein Steuerberater nicht beurteilen. Die Frage der Vorbehaltsfestsetzung steht damit im Ergebnis im freien Belieben des Finanzamtes. Eine Vorbehaltsfestsetzung soll an sich der Beschleunigung der ersten Steuerfestsetzung dienen. Dass dann aber die Steuerfestsetzung bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist von vier Jahren unverbindlich bleibt und keinen Vertrauensschutz erzeugen kann, ist nicht sachgerecht. Um das Ziel der Beschleunigung der ersten Steuerfestsetzung gerecht zu werden, sollte der Vorbehalt der Nachprüfung durch Zeitablauf seine Wirkung verlieren, wenn er nicht zum Beispiel nach einem Jahr durch die Finanzverwaltung begründet wird. Das wäre mein Wunsch. Die Bayerische Finanzverwaltung geht sehr fair mit dem Instrument der Vorbehaltsfestsetzung um. Steuerfestsetzungen ergehen hier regelmäßig nur dann unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, wenn eben der Steuerfall nicht abschließend geprüft ist, so wie es das Gesetz auch vorsieht. Die Vorgehensweise der hessischen Finanzverwaltung ist dagegen meines Erachtens fragwürdig. Selbst wenn im Rahmen der erfolgten Veranlagungsprüfung eine Vielzahl von Rückfragen aufgeklärt wurde, ergeht bei gewerblichen Einkünften der Bescheid in der Regel trotzdem unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Vielleicht kommentiert ja die hessische Finanzverwaltung dieses Video und teilt ihre Beweggründe zu diesem Verhalten einmal mit. Auch das wäre zu wünschen. Nicht erklärte Einnahmen kann das Verhalten der hessischen Finanzverwaltung ja nicht rechtfertigen. Für diesen Fall hat das Finanzamt, wie gehört, die Möglichkeit der punktuellen Änderung der Steuerfestsetzung aufgrund einer neuen Tatsache § 173 AO. Wenn also Ihr Bescheid unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergeht, dann wissen Sie, dass Ihr Steuerfall nicht abschließend geprüft ist. Folge ist, dass die Steuerfestsetzung jederzeit vom Finanzamt geändert werden kann. Die materielle Bestandskraft wird quasi suspendiert. Sie müssen also mit einer abschließenden Prüfung Ihres Steuerfalls rechnen. In Bayern ist es nicht unwahrscheinlich, dass Ihr Steuerfall im Rahmen einer späteren Außenprüfung einer Betriebsprüfung geprüft werden soll. In Hessen hat der Vorbehalt der Nachprüfung nicht diese Indizwirkung, weil, wie gehört, quasi jeder Bescheid mit gewerblichen Einkünften unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergeht. Erzielen Sie gewerbliche oder freiberufliche Einkünfte und erhalten Festsetzungen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, gehen Sie im Zweifel davon aus, dass Sie über kurz oder lang eine Betriebsprüfung zu erwarten haben. Der Vorbehalt der Nachprüfung kann auch einmal vorteilhaft sein. Haben Sie nämlich einmal Aufwendungen wie Betriebsausgaben, Spenden oder Handwerkerleistung vergessen zu erklären, dann können Sie, solange der Vorbehalt der Nachprüfung nicht aufgehoben ist und noch keine Festsetzungsverjährung eingetreten ist, vier Jahre, jederzeit die Änderung der Steuerfestsetzung auch selbst beantragen. Nach einer Außenprüfung ist der Steuerfall auf alle Fälle abschließend geprüft. Es besteht daher auch die Verpflichtung für das Finanzamt, den Vorbehalt der Nachprüfung aufzuheben. Achten Sie darauf, dass diese Aufhebung auch erfolgt. Sie haben einen Rechtsanspruch darauf. Andernfalls könnte das Finanzamt auch später noch die Steuerfestsetzung wegen dem dann noch gültigen Vorbehalt ändern. Beim Vorbehalt der Nachprüfung ist also nichts verbindlich. Es ist alles offen für Änderungen zu Ihrem Nachteil, aber auch für Änderungen zu Ihrem Vorteil. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute, bis bald und auf Wiedersehen.